Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Ich wollte euch Bescheid geben, dass das Video von dieser Woche und das Video von nächster Woche auf Donnerstag verschoben ist. Weil ich da ein kleines Special geplant habe für Weihnachten und für Silvester. Also Donnerstag kommen die Videos, es lohnt sich auf jeden Fall ja anzuschauen. Bis dahin, ciao.